Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Hitman und jo, wir versuchen jetzt erstmal die Mission mal abzuschließen, denn in der letzten Folge sind wir hier hängen geblieben, denn auf uns guckt die ganze Zeit anscheinend ein Mann und das macht mir schon Sorgen, jo, ich muss jetzt hier raus. Die Wachen sind alarmiert, es kann mir eigentlich total egal sein, ob die Wachen alarmiert sind oder nicht. Die Sache ist jetzt nur, ob es wieder einer im Zimmer bleibt oder nicht. Hallo, schlafen wir uns nicht, den haarlosen Wichser. Was dort? So. Hallo? Ja, hier sind voll viele in dem Zimmer noch. Krass. Alter, sind die viele sehr blöd. Geh mal raus, tschüss. Besser feig als tot, ne? Ohne Wiss. Irgendwie wird das grad nichts mit dem weggehen, ne? Komisch. Die Verkleidung funktioniert nicht. Ich hole Hilfe. Sir, da ist dieser Mann. Der ist richtig unheimlich und so komisch angezogen. Ich meine, Sie müssen ihn überprüfen. Komisch angezogen? Sie sind die meisten davon angezogen. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich meine, Sie müssen ihn überprüfen. Sollten Sie ruhig reinkommen. So nicht, meine Lieben. So nicht. Und Ihnen bleiben. Ah, stopp. So. Ne, denn lieber als krass. Bastard, Alter. Ist mir egal, ob ich Hara oder nicht. Oh, nee. Blutleiche Blutleiche Ja Scheint Und jetzt gehen wir jetzt ganz mehr härter an Stadion Armaments Heute einen neuen Geschäftsführer ernannt Nachdem der bisherige Geschäftsführer Richard Storm im letzten Jahr während einer Party auf dem Dach des Carrier-Comitels von einem unbekannten Killer erschossen worden war Stadion Armaments mit Storms Nachfolge im Laufenden Hey, kommt her! Oh Gott! Sind die alle tot? Alle? Hilf mir mal jemand! Mann, das ist hier kein Kostümball! Verschwinden Sie! Hey! Hilf mir mal jemand! Dieser Aufzug! Wer sind Sie? Hey! Der drüben ist doch ein total komischer Kerl! Ich hoffe, der hat sich verleidet Ich verstehe! Verdammt noch mal! Wir haben hier einen Freak! Oh ja! Ich... Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Oh oh! Okay gewinnt! Okay gewinnt! Los geht's los geht's! Ich habe jetzt in der lange Zeit glaube ich nichts gesagt! .. .. .. .. .. .. .. Die meisten Missionen, da reicht es mir. Wow, irgendwie hier anders. Wahrscheinlich nicht, was der da ist. Wahrscheinlich hat er mich auch direkt da gerade gerufen. So, mal gucken wir mal. Warum hast du dir kommen lassen? Seid du wiedergegst? Okay. Die stehen direkt vor dem Schrank. Also wirklich direkt. Den kenne ich. Den kenne ich definitiv. Der Typ, den mag ich nicht. Gar nicht. Ich kann ihn gar nicht mehr. Oh Mann! Oh, das ist übel, Mann! Das ist ein verdammtes Schlachtfeld! Ich mach das jetzt extra. Was ist denn das? Ja? Ja. Oh. Überleg, jetzt hören wir mal, ob du schon ist. Großer! Ja, Penner! der schlaue zweck zu rennen das bezweifle ich oh das ist schlau wo auch die über die wachen es dauert so Boah! Schon besser, ne? Ok, ich bin an. Ja, war doch klar. Die Amame ist weg. Was? Hä? Was? Hab ich's geschafft? Äh, äh, hä? Ja, ok. Ja, gut. Wenn euch diese Wolke gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge Hitman. Ciao. Ciao. Ciao.